tja last stopp kapitel 1.3 ich habe mir mal so meine gedanken gemacht ich denke jetzt wird es gefährlich ich denke mal das ist auch das dass der titel der titel last stoppt der letzte halt die letzte haltestelle das könnte wirklich damit zusammenhängen dass da etwas ungewöhnliches passiert und ich beginne jetzt mit der letzten der letzten person ich habe ja der reihe nach angefangen die jetzt hier im zug der bahn sitzt und damit herzlich willkommen zu last stopp das kleine vorwort das wollte ich mir jetzt mal gönnen wo sie aber was erklären ja ein spiel was mir wirklich gefällt was mir wirklich also ich bin gespannt welche mechaniken jetzt hier wieder auftauchen ja wer jetzt hier wieder vertauscht eventuell wird oder geht es dann wieder etwas ganz anderes das ist nicht der mensch die der körper oder was weiß ich vertauscht wird wie das im ersten teil also unbekannte gefahr kapitel 1 der hübsche mann danke das fühle ich mich aber geschmeichelt scherz los geht's los geht's los geht's hast du hast du hast du mich geweckt nein smiley ärgerlich hängt zu hause rum kommst du x ok ja mir ist hier echt langweilig emma hat es hier also kann ich nicht fernsehen ich komme jetzt jetzt habe ich es geschafft das ganze zu lesen einmal die sind nicht okay freunde ich habe meine ace all right what about five five go fish not slipping out without saying goodbye hmm kann i go out dood on no homework dot it every i cross it every you can check in you one you can check you won calm down search can i go out mam up calls buddy say a few of them would you kill you to spend some time with your family for once Ach Gott, nein. Wie ist vielleicht Jugendlich und hat was anderes zu tun? Off you go, then. Text me when you're on your way home, love. Ist auch die Sorte, ne? Ja, wie ein typischer Ziel. Oh, sie rennt. Oh, das Lied passt auch. Run, run. Das wird der erste Part sein, wo ich Monetarisierungsprobleme, wo ich verdiene mit YouTube kein Geld. Ich bin nur ein kleiner YouTuber. Mich abonniert ja niemand. Oh, oh, need to break walls down Don't know when and I don't know how Why, why does it seem to be so far Found my place in a box-shaped heart Want that one thing where you're scared of something Can't move forward, didn't see it coming Why does it seem so far Looking for a taste of the easy part In a way, in a way I'll remember Ah, die unsichtbare Wand Stranger Danger Unbekannte Gefahr Ja, ich kenne nur die sehr strange of things Ah, das ist was gar anderes Stranger Danger Die unbekannte Gefahr Naja, vielleicht bekommen wir jetzt mal einen Einblick Einen größeren, was los ist Sie ist ja schon nötig Sie ist ja schon nötig Bin ich jetzt falsch gelaufen? Ah, jetzt muss die Treppen hoch Okay Hey Donna Hey, you got here quick Ich bin hast du den Not working at the Godfather tonight? Nah, Dad's had to close down for a few days Right in the deep fat fryer again Don't say that We eat there every week Nothing that exciting Just a dodgy batch of scampi Gave some people a runny bottom Well, there goes that Michelin star Cheer up At least you don't stink of fish grease tonight Are you both finished? Did you see that guy just then? The one with the pretty lady I did I've been watching him from my window for a few nights now Bit creepy You okay? I keep seeing him bringing home different girls Boys too Sounds like a player That's not the weird part He brings them home But I've not seen one of them leave What are you saying? Well, I've had my suspicions for a while But I'm now pretty convinced I think he's building a guerrilla army Nah He's probably just eating them or something Weird sex thing, I imagine Oh yeah I hadn't considered that Probably a sex thing, yeah We should play Knock Down Ginger on him Let's order him a pizza No way We've got to be all forensic and stuff Covert surveillance like your sister I think Emma mostly deals with unpaid parking fines Getting bored Want to do some gas? Oh sweet I'm up for that Well, my scene Okay, Becky What would you rather do? Be put in prison for 10 years But when you come out you get 20 million pounds Tax-free Or Get the 20 mil up front But you die when you're 35 What are you on about? Come on, which one would you take? I wouldn't take either They're both kind of shit No, you have to Probably take the 20 million up front Live it up on a yacht But you die when you're 35 Yeah, I know Like a really horrible slow death Okay, fine I'll go to prison then But it's solitary confinement for the entire time That's okay And you don't have a bed to sleep on Just a stone floor With loads of spiders about You're just adding stuff to make it worse Okay A weiteres mini-spiel Hat auch nichts geholfen Wie sind wir hier drüben rein? Also könnte man doch eigentlich Oder nicht? Also ich habe momentan keine Ahnung Weil es sind Das Spiel ändert sich Zum Positiven, muss ich sagen Weil eben gefällt das Wenn so verschiedene Dinge passieren Okay Wir haben jetzt randaliert Wir haben jetzt etwas Gibt es denn hier noch was? Kann ich laufen? Nein, ich kann nicht laufen Ich kann mich nur in dem Bild hier umschauen Das kann nicht so schwer sein Wirf doch eine Scheibe ein Oder sowas Leute, habt ihr eine Idee? Was soll ich denn hier machen? Unten Die Kamera weg Genau Das muss ja niemand wissen Check it out Freaky dude's back And he's all alone Not this again Let's see what he's up to No way I don't want to be turned into A human kebab He is pretty fit Always thinking about boys Of course Let's follow him I want his number When he makes high concept art Out of your body parts Don't say I didn't warn you You only live once Let's tell the creep Ja, wir folgen dem jetzt mal Das ist natürlich auch Jetzt wieder eine Geschichte Er ist wahrscheinlich mit seinem Superioren in der Gorilla-Armee Still entertainen in der Gorilla-Armee-Theorie Ja, ich komme nach sie wieder Poor fellow Er ist wahrscheinlich nur aus Kondonen Cannibal-Mörderer But practices save sex Nice Could have saved himself a walk You can get condoms in the loo at the plowman's arms He's actually pretty good looking For a deranged killer I can't deny He's one handsome man Almost as pretty as you, hun Ah, make a boy blush This has echoes of Viv's other conspiracy theories Wake up, Schiphol There are crazy things going on in this city All those three months when he went full flat earther Never been to this part of town before Me neither Handsome guys heading for that old building Schön Detektiv spielen, ja Jemand verfolgen und sehen, was passiert Geht mich ja eigentlich nichts an Aber was soll's Könnte witzig werden Und vielleicht zu der grünen Tür führen die irgendwo hinführt im Kapitel 1.1 He Gorilla army's still not off the table Building looks big enough to be a fortress Places are fallen down Bauarbeiter salvehung Maybe he owns the place You could probably make a fortune converting that into flats Okay But what about all those people he's been disappearing They're probably all inside having fun I guess there's only one way to find out I'm game You two are mental What are you gonna do Just walk through the front door Natürlich Just follow me Follow me So, ich laufe mal los Also ich laufe jetzt wirklich selbst Nochmal Wer weiß, was hier rauskommt Buttons magic Let's try that back door over there Seltsam, seltsam Ratschlag, sei optimistisch Wir können da irgendwie hochkommen Ich würde mich da einfach hochziehen Gesagt, getan Ich dachte, ich muss jetzt noch was suchen Aber nein, wir sind oben und sehen hier durch das Fenster Wo bin ich? Oh, grüne Augen Grüne Augen Keine grüne Tür Grüne Augen Spiele den Paparazzonia genau Ja, genau so was muss man eigentlich gleich aufnehmen Da bin ich genau auf ihrer Seite Deswegen Ah, Speichervoll Ach, ich kann auswählen, was ich lösche Speichervoll Das lösche ich jetzt Fotos mit der Polizistin Ach, du lieb Leg it Oh, ich hab's versaut Ich hab's versaut Ich hab's versaut Ach, Mann Nein, nein Ach, ich darf doch Ich hab's versaut Ich hätte den Knopf drückt Ich hab den zur falschen Zeit gedrückt Der wollte mir helfen Was hast du denn gesagt, er wird Donner attacken Nein Hast du ihn getötet? Ein bisschen Appreciaation hier Ich habe gerade deine Leben saved Hm, wo lebst du im Comic? Hm, hast du eine Well, what do we do then? We need to move him Let's get him inside Out of sight That should hold him for now Thank God he's still breathing Okay, so what next? We can't leave Our fingerprints will be all over this place Well, we're screwed We can't let him go For the time being He has to stay here Emma? Where the hell are you? Tell me this instant We'll finish it I'm just at the Vex place Well, I'm at the Vex right now And you're nowhere to be seen I'm just at the Vex right now She's outside the Vex place right now Emma, is that the Codfather? You need to fix this, Donna She can't come here We'll go to prison Oh shit Don't worry, Becky I'll deal with this Shh Why are you shh-ing us, Viv? I was trying to get you to stop saying our names What's wrong? He's awake Er ist erwacht Oh yeah Der hübsche Mann Das war wohl der hübsche Mann Okay Das war seltsam Und es tut mir leid Ich habe das mit dem letzten Knopf nicht geschafft Weil man muss Ich habe den ganzen Controller zwar in der Hand Aber ich habe den Ach, was soll's Egal Passiert Äh Habe ich jetzt etwas falsch gemacht? Nein, das ist Kapitel 2 Und steht es Gespaltene Persönlichkeit Ach, da sitzt ja auch jemand ganz anderes Leute Ich habe das jetzt gar nicht so erkannt Ich dachte, ich hätte jetzt einen Fehler gemacht Voll, der Schwede Ja, da möchte ich auch erstmal Da bin ich erstmal raus Und Kapitel 2 beginnt Das ist jetzt Ende Erstmal Kapitel 1.3 Und bis zum nächsten Mal Bis dann Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren Und ich sage es nochmal Es kostet euch nichts Nur einen Klick Bis zum nächsten Und ich bin weg Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss